das war alles es liegt würde wenn es folgt der Schweine vielleicht vorher flüchten sollen so 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 ich finde es aber geil mit dem kleinen Korn so jetzt geht's zurück ja man sich ein kleiner Schießerein kann man manchmal auch verhindern ich glaube so Sprengungen bringen ein bisschen mehr verdammt so auch nie dass ich dort mitten in das Ding rein muss jetzt geht noch schön doch jetzt reicht es mal mehr ist mir zu blöd jetzt so die Steuerung ist wirklich ohr ach, ach, denn dieser Rechner sorry, aber irgendwie stimmt gerade was mit meinem Rechner nicht wie komm ich jetzt hier rein oh, da hab ich nie hingeguckt so, jetzt fahr'n wir hier rein ach, leck mich jetzt hier scheiß rumgerenne da oben müssen wir jetzt irgendwie hin ich geh einfach mal hier rein hier hoch was durch hier wird hoch doch sind nicht all zu schwer wäre einfach mal mit dem Kletter nur ach, kommt nicht hoch schade hier theoretisch, oder? auch nicht ich komme jetzt hoch das ist ein Leiter das ist ein Leiter ach, da ist ein Leiter ach, da ist ein Leiter gucken wir mal wie man da ist hier da kann man bestimmt wieder welche runterschmeißen die 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 bestimmten Ort sie ist die Wiesel zur Arbeitskurschneider der Vogel so oft tun Boah, rin hier hoch jetzt. Oh, ist jetzt dieser Punkt hier? Dann schlipp hier oben. Hmm. schluch schluch war hierhin geht es weiter das war es so wie ich überhaupt nicht fällig da hat und schuld Boah, welcher ist denn das nun hier? Boah, welcher ist 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 das nun hier? Ach, ich glaube schon, aber egal, Deck, Scheiß drauf, Return to HQ, wir kriegen schon eine neue Waffe. Natürlich blöd, wenn die Mission gerade abgeschlossen hat. Naja, ähm, ja. Wir haben jetzt erstmal wieder genug für heute, Savoteur. Ja, ich denke mal, morgen geht's weiter, wenn ich Zeit finde. Titel Zero Sam mache ich morgen vielleicht noch. Und ja, das soll es, dass wir gewesen sein für heute mit, ähm, das Savoteur. Und nächstes Mal geht's eben weiter.